Dentin Flow – Anwendung konfektionierter Zähne Wenn Sie eine glatte und glänzende Gerüstoberfläche vor sich haben, wird ein dünnfließendes Dentin auf die Zähne aufgetragen und der Silikonwall auf dem Gerüst befestigt. Die Kompositschicht sollte für die optimale Lichthärtung eine Stärke von 1,5 mm nicht überschreiten. Tragen Sie nicht zu viel Masse auf, ohne die Situation zwischendurch zu härten. Der Prozess sollte zwei- bis dreimal wiederholt werden.